wie das seh du idiot ich glaube aber auch kurz im video gesehen was hat der für uns ich glaube der hat unsere utzis ja voll idiot hier schön in den schritt geguckt das heißt wir haben unsere waffen nach einem level wieder und wir schauen uns aber erst mal ein bisschen um hier in der halle ob wir da vielleicht noch was finden was wunderschönes zum beispiel das da zieht mir nach munition aus das nehmen wir mit da ist eine verbindung wir gehen mal da die schräge nach oben gucken was da ist noch mehr munition wasser da springen wir gleich rein gucken uns aber erst noch ein bisschen um guck mal da noch mehr munition wo war das jetzt hier war es nicht ach das ich dachte gerade was liegt da hinten dass nur dieser idiot auf dem blöden skateboard also naja liebe entwickler ihr seid die größten so oder so ich springe jetzt mal ins wasser das gatter geht auf wir nehmen alles mit ich muss gerade so still sein diese schwimmerpartien die sind immer naja besonders wollen wir es mal so ausdrücken hier können wir uns hochziehen ich glaube dass das andere kommen wir nicht mehr durch wir haben das dritte geheimnis gefunden was rauscht da unablässig an meinem ohr könnte das ah jetzt sind wir wieder zurück in der halle oder oder ah hier sind wir ok ok habe schon gefragt wo diese öffnung uns wohl hinführt ich denke wir gehen einfach mal da in den gang äh ihr bastarde das sieht mir doch wieder nach einem wie heißt nach einer kugel aus die gleich wieder um die ecke kommt ja ich wusste es so viel zum kugeln die um die ecke kommen aber ja jetzt muss doch irgendwie zu schaffen sein na ich weiß so wollt ihr mich veräppeln mann mann ich will doch einfach nur durch den level also fies wenn die mann ganz schön fies so hier können wir nicht hoch jetzt habe ich es aber langsam durchschaut ja aber hier können wir hoch ganz schön also ganz schön gemein so hier können wir hoch hier können wir uns hoch ziehen mhm da können wir hin und dann ja das war wieder ein spezial trick von mir wir versuchen uns aus dem stehen heraus ja das sieht auch schon mal gut aus äh und hier oben ah ging es da etwa ah ne von da kamen wir noch mal kurz kurz jetzt ich wollte gerade sagen noch mal kurz konzentrieren bevor es also das mit den naja das mit den klo geräuschen das finde ich jetzt nicht so gut gelungen muss ich ehrlich sagen mal ja wir befinden uns hier in fels in lava und es kommt andauernd wie im weiß ich nicht wieviel level äh von level zu level ähm kam da das klo geräusch so hier hoch gezogen und dann haben wir es auch gleich einmal speichern hier oben so festgehangen jetzt können wir uns wahrscheinlich da oben durch die bodenöffnung ziehen jo oh sind wir jetzt im sand sind wir jetzt zu hoch aha zu hoch geklettert dann schieben wir mal bis es nicht mehr geht da können wir wahrscheinlich hoch ja ist hier irgendwas nö wir finden jetzt irgendwo irgendwo im sand sandig im untergrund das finde ich auch natürlich sehr gefährlich weiterschieben bitte nochmal schieben hier ist eine tür hier geht es wieder eine etage tiefer hoch hoch das haben wir hier hoch hoch das ist spannend Müssen wir hier durch, ja, durch den Boden, hoch durch die Bodenöffnung wieder. Ah, das können wir wahrscheinlich den weiter durchschieben. Ja. Sehr schön. Was aber? Nebel. Also das wird immer abstruser. Schieben, springen, schieben. Das dürfte dann wieder, das dürfte dann der oben sein. Ne, Quatsch, von da kamen wir. Das dürfte dann da sein. Wo war das nochmal? Das war da hinten, glaube ich. Äh, ja. So, was können wir hier machen? Na, öffnet sich wieder. Hä? Was ist das für ein Kappes? Oh, doch nochmal ein Hebel. Äh, hallo? Hä? Was hat denn für eine Scheiße? Geht hier einfach zu. Blöd Mann. Die Tür ist aber offen. Solche tollen Rätsel. Wer liebt sie nicht? Äh. Hä? Wo sind wir jetzt? Ja, ich bin langsam verwirrt. Äh, ja, einmal hochziehen. Ah, das war der andere. Hä? Ich blick nichts mehr. Kurz, kurz überlegen. Mal hoch, ob da lang. Da ist jetzt was. Ah. Oh, oh. Wie das so ein Idiot. Wie das so ein Idiot. ist das so ein Idiot. Er möchte nicht noch mal medipacken. Wir haben ja wieder 27. Komm schon, komm schon, komm schon. endlich stop sucker ich glaube es geht los blödmann das nehmen wir gerne mit haben wir jetzt auch wieder wie viel munition hammer 8 toll eine was ist denn das eine pyramide mir deutsch mal kann da nach oben und zwar da lang ernsthaft wir müssen jetzt da hoch mag nicht da hoch pulsar mag nicht essen mag nicht dämlich springen pulsar lieber mit lara abenteuer erleben okay wahrscheinlich so und dann lassen wir uns einfach runterrollen ja und natürlich vorbei pulsar muss das ganze noch mal von vorne machen und so traurig pulsar rutscht rutscht wieder ab pulsar immer noch traurig so pulsar springt blöd das war knapp ja das funktioniert nicht das ist also schluss jetzt komische sprache ja komische sprache wollte ich gerade sagen so und jetzt mit einem so mit einem weiten sprung wollte ich gerade sagen da lang was haben wir hier ein hebel aha was macht der mit uns ich habe jetzt gebracht hier fehlt uns wahrscheinlich irgendwas gehen wir davon aus dass es ein schlüssel ist oder so nö irgendein irgendein dreieck da flimmert noch irgendwas durch warum haben wir das nicht mitgenommen da können wir hoch gehen wir mal da drauf finden wir irgendwas nö hier ist nix ah hier können wir jetzt ran oh ziehen wir mal einer an aha dieses komische was soll das auch immer sein weiß ich nicht lag hier nicht ah da in der tür drinnen lag die uzi die uzi munition nehmen wir gerne mit pera was soll das sein keine ahnung ah ok ich weiß ich weiß wo wir sind so jetzt speichern wir nochmal ab dann setzen wir den schlüssel ein pyramiden schlüssel bitteschön und ab dafür ja das waren natlas minen wir haben drei getötet nur drei das waren die so es gab stimmt es gab keine normalen gegner es gab nur diese komischen typen der skateboardfahrer der junge mann jetzt mit dem schrot mit dem schrotgewehr und ganz am anfang war das auch irgend so ein undiger den ich nicht mehr weiß egal jedenfalls über eine stunde haben wir dafür gebraucht und wir schauen wie es jetzt weiter geht und herein und hierin und hierin